Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Final Fantasy 7 Rebirth. So, ich habe dann mal die 2900 Punkte geholt. Das ist glaube ich Maximalpunktzeit. Moment nein, nicht ganz. Ich wurde zweimal für 40 Abzug getroffen. Aber ansonsten habe ich alle Karton erledigt. Damit haben wir den Mondsicheltanusland bekommen und können dann hier jetzt weg. Jetzt wollen wir mal gucken wo es hier raus geht. Von hier drin kann ich keine Schnellreise machen. Dann muss ich erstmal nach draußen. So, dann... Habe ich jetzt erstmal einmal keine Antwort. Ich mache jetzt mal kurz eine Schnellreise hier hin. Weil ich gucken will, ob ich den Tomberry König hier mit Bette mal angehen kann. Dem Tomberry König kann man seine Krone angeblich klauen. Ich warte hier so lange wie es sein muss. Also beeilt euch. Sonst verdruckne ich nämlich. Das ist so cool. Achso, ich sollte auch beschleunigen. Nein, jetzt habe ich Aussteigen gedrückt. Warum fährt der nicht? Ich drücke doch. Dann drücke ich die Walsch. Dann drücke ich die Walsch. Mit R2 gehen, der Gas. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, der fährt einfach mal eben rüber hier. Ja, es gibt also für mich keine mehreren Informationen dazu, wo denn der Tomberry ist. Jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Ne, eigentlich habe ich keine zwei Möglichkeiten. Ich habe eigentlich nur die eine Möglichkeit, nämlich. Also weiter, ich bin Brotus. Der König. Den König der Tomberries. Was meinst du, Cloud? Sollten wir uns nicht besser verfehlfältigen? Also ich finde die Idee grandios. So ein paar Barrels geben bestimmt einen schönen Kugelhagel ab. In den ich nicht reingeraten möchte. Oller Spielverderber. Und was ist mit Tifa? Was hast du dir gerade vorgestellt? Ich? Überhaupt nicht. Ja, klar. Ich dachte, Ninja wären verschwiegen. Ah, schon gut. Ich halte ab jetzt den Rand. Lass deiner Fanta sie ruhig reinlaufen. Habe ich, sehr gut. Ja, ja. Der fährt sich aber eigentlich gar nicht pflichten. Muss ich ja mal tatsächlich sagen. Zweiter Mini-Reaktor, da muss ich jetzt nur den Eingang ziehen. Damit ich die Statue bekomme, damit ich dann den weiten Fels finden kann. Na dann suchen wir doch mal nach unserem steinigen grünen Freund. Ah. Dort irgendwo. Da muss ich glaube ich sowieso hier runter. Na dann, wieder rein in das gute Gefährt. Ist ja automatisch als Einsamheit, das ist super. Das ist so praktisch. Habe ich tatsächlich gewillt, lieber mit dem Teil zu fahren, als zu laufen. Das ist ja, wie gesagt, sonst eigentlich nicht so groß zu. Sonst hätte ich ja lieber zu Fuß drüber ziehen. Aber der fährt sich auch tatsächlich echt gut durchsgeliehen, ne? Kleine Ungeheuer, kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Seltene Landwurmspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Die Augen des Landwurms sind im Laufe der Zeit verkümmert, sodass er seine Beute hauptsächlich durch seinen Geruchssinn aufspürt. Sein Verdauungssystem ist nicht besonders gut entwickelt. Daher verschluckt er absichtlich Steine, die dann in seinem Magen für die Zerkleinerung der Nahrung sorgen. Oh, das wird schwer. Schönerweise ernährt sich ein Landwurm nur von Ars, was ihm den Spitznamen Putzteufel der Wüste einbrachte. Doch wenn der Hunger ihn allzu sehr plagt, vergreift er sich auch an lebendiger Beute. Seit der Eröffnung des Goldsorcers verirren sich immer öfter auch Touristen hierher. Jedes Jahr steigt die Zahl menschlicher Opfer, denn nur wenige sind auf einen Landwurmangriff vorbereitet. Doch wir können bestimmt etwas dagegen tun und dafür brauchen wir die Daten dieses Kampfes. Ihr macht das! Ihr macht das! Ihr traut das nicht doch! Juhu! Dafür muss ich ihn einmal analysieren. Kein Über... Ähm... Seltene Landwurmspezies, die verschlungenes Ars, Körper erinnert sich mit einem Schlafgas und meine mit ihren ausgeprägten Gerüsten und Tastchen spürt sich jede Beute auf, die sich im Erdreich verbirgt. Elementare Schwäche und eine gewisse Schadensmenge für Schockanfälligkeit. Kann verlängert werden, indem du die elementaren Schwächen während Verzillungen draus nutzt. Warte, dann nehmen wir hier doch mal eine... ...reisige Verkettung... Ah, jetzt reicht! Heze! Erse! Erse, gewelle! Ja! 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 So! Ja! Macht das zurück! Ja! Ja! Der Stangle! Hoop! Boah! Verdammt! Sag, du ruhig Pause! Oh! Was ist das denn passiert? Achso, ich bin verschluckt worden. Na toll. Muss ich nächstes Mal hier mit Hass arbeiten, wie das schneller geht. Tote in Tote. Hey, spielen wir. Das tut weg. Wer nicht hören will, muss fehlen. Okay. Gehen wir mal auf die Zugabe. Gehen wir mal auf die Zugabe. Ich bin noch frei. Ich bin noch frei. Ich bin noch frei. Ich finde es gut. Und dann einfach aufs Kind. Und wieder Kupo. Und die einzige Welle. Ne, war aber nicht gut. Vorgaben können wir auch später noch nachholen. Nein, die holen wir direkt nach. Beziehungsweise mache ich das jetzt einmal kurz wieder auf Screen, weil ich weiß, das ist nicht sehr spannend, sobald das hier ist. Das war eine beeindruckende Leistung, Clown. Ich habe aus den Kampfdaten eine neue Simulation in den Kampfsimulator eingespeist, die ich übrigens editiert habe. Ich denke, sie ist uns ziemlich gut gelungen. Probiere sie gern mal aus. Hä? Ja, ich will den Kampf natürlich wiederholen. Habe ich ja gesagt. So, aber da muss ich mich ja vorher einmal wieder vollheilen, ne? So, wie gedacht, sind wir uns gleich. So, das waren jetzt bestimmt zehn Versuche oder so, die ich immer wieder abbrechen musste, weil ich immer wieder gefressen wurde. Wenn man aber ausweicht im richtigen Moment, dann kann man das schaffen. So, äh, Kaktor. Ähm, und ich habe tiefer wieder ins Team geholt, nachdem Katesis ja, ähm, die Attacke gelernt hat. Und ich die eben... kann nicht nennen muss. Ach, nicht mehr kann ich so machen. Nee, er kann hier nicht nennen. Was hast du denn für ein Blödsinn? Wo soll er denn da nicht hinpinnen? Mir geht doch wieder ein Horn. Nicht hier lang laufen. Das Kampf will ich auch nicht wiederholen. Ich vermute mal, ich muss da hoch. Guck mal. Nein. Ja, hoch. Nee. 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 Okay, ich folge dem Schokobobo. Okay, nochmal eine Haltestelle in die Kraft setzen. Und wir müssen da oben drauf. Hier, da vorne konnte ich gerade nicht klettern. Ich weiß nicht, ob nicht, aber dann halt nicht. Goldfee. Achso, Goldfee, der war jetzt von der... von der alte Stelle. Ich habe nicht Hunger, aber ich muss da bestimmt. Es fehlt quasi der untere Teil. Es muss also von da oben rüber. Aber es geht nicht hier. Also tatsächlich hier erst mal. Okay, lass kommen. Wir müssen in der Gothotha auch noch die restlichen Punkte sammeln, bevor wir das Gebiet hier beenden. Ist das nicht genauso, wie wir vorher beim letzten Mal schon hatten? Wir waren hier oben drauf, aber wir können die Karte nicht öffnen, wenn ich hier hänge. Komm runter. Hier oben drauf haben wir dich nicht. Hier ist der Stein. Machen wir wieder eine Kruse. Habe ich nicht aufgepasst. Warte, ich rette dich! Was? Oh! Ja! Ja! Das ist los, baby! Komm schon! Ja! Zack, nachschlagen, zack! Na? Ja! Los! Zack, nachschlagen! jetzt aber noch mal ganz schlecht was ist denn na komm nun mach schon bitte nach dir nicht doch ich weiß dass du förmlich darauf nicht bewegen macht es nur schlimmer aus dir spricht die erfahrung ich habe ich das verdient darüber kannst du auf den weg zum reaktor nachdenken schadenfreude das bedeutet der nächste daran ist der gute red ich jetzt hier untenrum und zu einem reaktor oder direkt zum reaktor ich kann schnell reisen deswegen bin ich aber eigentlich ich gehe aber hier unten zur haltestelle und nutze mal ein kissen ich glaube das ist nicht verkehrt ja komm hier setz dich in tief, setz dich, setz dich, setz dich! ja das ist ein bisschen schneller manchmal ist das spiel echt ein bisschen langsamer hat sich der schokobo-küten da auch hingelegt? ach wie süß! dafür wenn ich kann sollst du auch gestrichen! und klauen lächeln auch noch! eieieiei und wieder ganz grimmig! so ist recht! wo lang geht's? da lang geht's! was machst du da hin? ja! 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 warum habe ich irgendwie das gefühl, dass der da in den Bienen möglicherweise rumturnt irgendwas zumindest wird hier sein die werden nicht einfach so hier sein! ich nehme mal an, dass hier am ende der Synthese-Chip irgendwie sein wird wenn hier nicht jetzt der Tombary ist oh, was ist das in der Arena? TariaP ich muss es mal ganz kurz an hier Ja, noch kann ich hier nichts tun Aber das wird mit Sicherheit Irgendeine Bewandtnis haben Sobald ich weiß welche Werdet ihr es raus So, da will ich die Wüste marschieren So, ein kleines Wad verkehrt Gibt es so viele Sachen So, das heißt wir müssen jetzt gleich das nächste Charaktor Minispiel machen Und ich denke dann diesmal mit einem anderen Charakter Ja, komm Da seid ihr ja endlich Na dann können wir ja mit der zweiten Prüfung beginnen Schon wieder die gleiche Leier? Gut, wie wärs denn dann hiermit? Was ein Riesenvieh Schatz! Verwiesen! 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 Mal schauen, für diese Prüfung nehmen wir Hier, ich möchte diesmal antreten Hm Okay Von mir aus Dann sag doch mal was du drauf hast Wenn du dich der Herausforderung mit Average stellst Gesellen sich noch weitere Charaktoren hinzu Und dann mit deinen Punkten in die Höhe schnell Ach du heiliges Meinst du dagegen schwimmen? Okay Ich wollte hier Materia nicht üben Würde ich sowieso nicht Hm Okay Okay Ich hab keine Ahnung was ich ausgerüstet hab Keine Ahnung was ich kann Aber irgendwie muss ich Da war ein schlechtes Vor allem gegen Aeroid und Christoschotang Oh Oh Lass Oh, das ist ein Bönnuskart, das ist ein Bönnuskart, was du hast. Hab ich denn überhaupt? Ah! Warte! Zack! Flieg! Äh... Gegen den Bonus-Pactor-Wizard... Unikam... Wichtig, es wird ungemütlich! Warte! Los geht's! Na? Nicht zu nah rangehen, ja? Pergi, jetzt reicht's mir aber! Warte! 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 Warte.... Na komm schon! Warte! Und? Warte! Gil ist dir nicht gut? Na? Wo? Wo? Wo ist geht's? Warte! Warte! Hier wirst du nicht gegangen, ne? Das ist ja echt mies. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Habe ich Mindestpunkte erreicht? Oh, nee. Habe ich nicht. Uh, Aerith. Das ist nicht gut. Machen wir natürlich jetzt dann nochmal. Offscreen. Ich bin beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass ihr es so weit schafft. Ihr seid keine gewöhnlichen Banditen. So. Das ist das zweite Teil. Sehr gut. Das hättet ihr wohl gern. Nein, zwei Teile fehlen euch noch. Jetzt geht's also erst richtig rund. Zwei noch. Allerdings hätte ich schon gern etwas mehr Zeit, um mir was Hübsches für die Prüfung zu überlegen. Legen wir erst mal ne kleine Pause ein. Ich sag euch Bescheid, sobald ich fertig bin. Brauche also die Kontaktdaten von einem von euch. Kontaktdaten. Einmal E-Mail-Adresse, ja? Das wird ein Spaß. Ich melde mich dann. Die Schatzsuche liegt also auf Eis. Im Moment können wir nichts tun, außer zu warten. Er wird sich sicherlich wie versprochen bald wieder melden. Okay. Gut. Dann jetzt den mal mal aufscreen hier. Den, äh... Das Ding fertig machen. Einfach nur, weil ich es... Ich brauche das Item nicht, aber ich möchte es gern haben. Wir sehen uns dann gleich. So. Okay. Ich musste nur erst mal rauskriegen, wie die Airways noch mal genau funktioniert. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum macht sie keine Fernkampfer tanken? Warum macht sie jetzt nur physische tanken? Warum macht sie jetzt plötzlich wieder Fernkampfer tanken? Und ich habe es einfach nicht rausbekommen. Sonst hätte ich jetzt welche Probleme haben. Mal kurz ein bisschen nachdenken. Dann kriegt man das ganz schnell raus. Airways macht immer dann Fernkampfer tanken, wenn sie in einem magischen Kreis steht. Und Nahkampfer tanken, wenn sie nicht in einem magischen Kreis steht. Ah. Und, by the way, man kann... Ähm... Nicht... Da ist es. Ähm... Man kann nicht Feindtechnik benutzen oder irgendeine Angriffsmagie, wenn man das hier tut. Also, diese... Äh... muss also effektiv jetzt hier runter und dann... Uh, muss aber ein großes Gebiet noch. Uh, so viel Gebiet noch. Ich könnte... erst mal mal zu der Quelle, dahin, dem Turm, da. ne, ich laufe halt einfach mal in die Richtung. Die Richtung. Nicht euch. Ja, ihr seid nicht normale, wie sonst. Und ich möchte mit den Scheiben machen. was? Tch. Gott, nein! Verdammt! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Ich bin fertig! Verzieh dich! Ja! Dann übernimm! Ich lege los! Nachschlag! Ja! Ich schaffe! Ja! So, ich muss noch eine Sache ändern Ich fände mir gerade mal spontan auf Ja, danke, dass jetzt die Eule kommt Und zwar Barrett, Barrett, Barrett Eine Materia, bitte, einmal Möchte ich nicht Amplifikation Doch, Amplifikation Ja, doch, eigentlich schon Passt schon Okay, der führt mich jetzt Bisschen woanders hin, als ich eigentlich hin will Aber nun gut, wir folgen hier mal Ich dürfte jetzt hier rechts ins Rohr gehen, glaube ich Dann gehen wir mal kurz ans Land, holen den Bucky Das ist okay Dann holen wir uns da den Materia-Strom quasi einmal ab Bisweil, was wir gerade hier haben Wir würden den sonst über den Turm sowieso entdecken Und dann müssen wir sowieso wieder hin und zurück Also geht's auch so Was man da jetzt angelegt hat, den Bucky für braucht, ist halt so Schauen wir uns die Quelle doch mal genauer an! Zuallererst einmal fahren wir mal hier komplett über alles rüber Damit wir das Zeug nicht alles einzeln einsammeln müssen Finde ich, das klappt sehr gut Kann der Kunden liegen Nicht hier? Okay Zwei geht's noch Wo genau ist er? Können hierhin schnell reisen Ja Können auch da hin schnell reisen, wo wir sowieso dann hin wollen Das trifft sich doch Dann können wir hier reingehen und uns den Synthese-Chip holen Indem wir hier zu Johnny Schnell reisen In dem Dorf waren wir schon Eieieiei So Um den Synthese-Chip zu finden, brauchen wir allerdings jetzt ein Schokobuch Hi Warum hast du jetzt wieder das an? Rüffeln? Da drinnen? Komm, geht gleich weiter zurück So Knuffeln? Ah Ah Oh doch, ist noch hier dran, oder? Ne, das ist auf der anderen Seite raus Aber als Erste, Barmherzigkeit des Planetens Die Planeten synthetisieren Und den Schal des Krolls Geh da hoch Hoch geht's aber gar nicht, also muss ich erstmal Hier lang Bleiben die Treppen Jetzt geh ich nach Wolltest du das schon ausprobieren? Da ist die Vogelfalle Da ist die Vogelfalle Sehr gut Und einen haben wir noch Wahrscheinlich da oben drauf Hinten drin sogar Sehr gut Den Abyssusreifen plus Und ich brauche halt grundsätzlich mal die Grundlagen auch Und den Megalodon-Armreifen Den hab ich noch nicht sogar schon So Dann gucken wir doch mal kurz was wir synthetisieren können Ähm Hypehaft mit Gunst des Planeten Gunst des Planeten Ist Höher als die Barmherzigkeit Wir gucken also erstmal hier So, da fehlen mir Zink Und Liebe Das kann ich alles vergessen Den Abyssusreif Da brauche ich ungeheuer Haut Den hab ich aber schon mal Äh Also den würde ich auf Plus Auf Megalodon-Armreif Den hab ich hier Ich kann den sogar dann einmal herstellen Dann Synthetisieren wir ihn auf Fifth Gut Gut Dann weiter Ah Moment Erstmal den Schlüsselgegenstand Wollen wir wieder an, wenn ich nicht weiterkomme Kommt Dann noch mal rein Verzeihung So Dann nehmen wir hier die Überlebenswerte Können wir noch immer nicht Weil uns Ooooooh Die Haut fehlt Der Königliche Tom Baby unter Umhang Ich nehme mal an, den bekommen wir von König Tomberry Schall des Kräuter Vitalität und Willenskraft Geist geschützt Während des Kampfes vollständig Für sofort im Tod Und im Zustand gemacht Das ist ein nettes Teil Die kriege ich sowieso irgendwann Okay Ähm Ja Dann Kart T Das bedeutet, dass König Tomberry vermutlich Vermutlich Ähm Da können wir doch die erste Vogelfall aufstellen Gehen wir nochmal da hin und gucken uns das nochmal an Vermutlich Das Spezialungeheuer ist, was wir hier vielleicht finden können Ähm Diese Richtung An dem roten Baum nehme ich an Vergiss nicht, dass wir noch auf der Suche nach Kikari Cloud sind Stellen wir eine Falle auf Ja Au Ich muss drei Stück davon herstellen, okay Wer macht's immer nicht? Drei Stück aufstellen, so muss er drei Stück herstellen, ne? Jetzt heißt es warten Und die restlichen Fallen aufstellen In Midgar fühlte sich alles wesentlich einfacher an Shinra platt machen und gut ist Mehr gab's da eigentlich nicht Ist doch immer noch so Schon? Ich will den Shinra deppen natürlich immer noch an die Gurgel Aber Ich glaube meine Fixierung auf den Kampf gegen Shinra War zum Teil auch einfach etwas, mit dem ich mich ablenken wollte Der Planet ist ja nicht der einzige, der Rettung braucht Und ich darf die anderen Probleme nicht völlig verdrängen Das haben mir die Leute in Korrel und meine Begegnung mit Dein vor Augen geführt Das ist gut, dass du das zumindest schon mal erkennst Ich bin gerade noch ein bisschen überfragt Ich mach gerade ganz viele Sachen Aber mein Video-File wird nicht größer Ich hoffe, dass es so richtig ist Ähm Deswegen geh ich gleich mal auf Nummer sicher Wir holen uns jetzt hier noch Das Teil Und dann beende ich mal die Folge Kann nämlich gut sein, dass da schon wieder irgendwas mit meinem Programm schiefläuft Ähm Was da oben drauf würd ich sagen Ich mach mal so ein Ding kaputt, ne? Muss ich mal eins finden Ich bin aber eigentlich auch noch ein bisschen weg Mit der Haltestelle Achso, einfach nur der Bereich Naja Warte doch Nein, ist da nicht drin Keine Ahnung Es ist verwirrend Ich vermute mal, dass ich von hier aus eher kommen muss Das würde bedeuten, dass ich tatsächlich hier lange hätte rum gehen müssen Also gehen wir nochmal wieder andersrum Machen wir noch 3-4 Mal und dann läuft die Geschichte auch schon Ich hab alles richtig ausgewählt Also eigentlich dürfte da programstechnisch nichts falsch laufen Da stützen wir wahrscheinlich gleich wieder ab und ich versuche die Aufnahme zu wählen Geh Pech, ob ich das alles nochmal mache Ja, es wäre unschön Ja, hier pass ich durch und ich brauch den Paki Dann rufen wir den Boogie doch mal wieder Ja Ja, da ist hier Ich kann einfach mal wieder auf den hohen Ach, warte mal, hier drüben. Bin ich jetzt einmal im... Ich bin tatsächlich einmal im Kreis gefahren. Ja, grandios. Dazu sage ich dann jetzt mal lieber mal nix. Aber wenn man da mal ein bisschen durchhält, wird der ganz schön schnell. Aber dafür reicht es nicht. Dass es so schwer sein könnte, irgendwo hin einen Weg zu finden, hab ich jetzt aber auch nicht unbedingt gedacht. Ah ja, ich verstehe das System. Warte, irgendwas aussteigen. Ich hoffe, dass das jetzt der richtige Weg ist. So 100% sicher bin ich mir da noch nicht. Muss ich nämlich da irgendwie anders schlängeln, schwingen. Springen. Ich glaube, hier durch bin ich. Ach so. Ja. Und das Ganze ohne so einen Steigrippel zu machen. Und die zweite Alexander-Säule, ne? Ja, natürlich analysieren. Wofür bin ich denn sonst hingekommen? Wofür bin ich denn sonst hingekommen? Ich glaube. Das war eine Frage. Hier, Kreis, Kreis. Hier, Kreis, Kreis. Ob ich das richtig treffe. Die werden immer komplizierter, ey. Ja, war geht doch. Ich glaube, man muss eh nur ganz grob in der richtigen Richtung sein. Wirklich ausgezeichnet. Bestimmt klappt das bei allen anderen Kristallen ebenso gut. Das war ja eine sehr, ähm, umfangreiche Information, die Shetley mir dazu bringt. Ich möchte aber dann eigentlich, wenn ich eh schon mal hier bin, dann auch noch die Falle da aufstellen. Krust. Ey, du sollst schon weiter. Geht gar nicht. Ich muss hier runter. Aber mit der Hände schier hoch. Ist das aber auch hier vorne schon? Da ist der Baum. Da ist der Baum. Besitze kann. Ja, das hatte ich schon noch auf dem Schirm, dass ich die noch herstellen wollte. Da war da Stützer. Nein, ich will hier vom Stützer nehmen. Dankeschön. 3 stellen muss ich halt noch zwar brauchte ich halt noch zwei und jetzt mit hergestellt mag finde ich ja vielleicht ziemlich schwer vorstellbar sein aber im vergleich zu damals bin ich um einiges reifer geworden habe ich zum teil tiefer zu verdanken hätte sie mich damals nicht so ordentlich runtergeputzt hätte ich das mit marlene nie auf die reihe gekriegt was hat sie denn gemacht eigentlich nur was längst überfällig war und zwar mir einzutrichtern dass marlene ein ordentliches bett und ein mindestmaß an hygiene braucht hatten bis dahin nämlich im freien übernachtet da hatte sie verdammt recht habe ich ja eingesehen und meine einstellung zur avalanche habe ich auch überdacht bin anfangs quasi mit vollkaracho durch die straßen gedüst und habe alle mit reingezogen zeit zum nachdenken hatte ich dabei keine also bin ich ständig wogegen gefahren und habe unfälle gebaut also unsinniges zeug stimmt hast dich wirklich gebessert und das verdanke ich vielen unser zusammentreffen und sogar das mit kikeri klaut alles hat einen tieferen sinn das sollten wir nie vergessen wenn er das so sieht wollen wir ihn darin stören so das heißt wir gehen hier rum wir haben den ganzen bereich hier noch überhaupt keine grün mit dem weg will ich jetzt einmal nochmal durchfahren ja komm ich will dann bedanke ich mich für eure aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn es dann an dünnen prescht quasi geht den wir jetzt wieder so nebenbei machen könnt vielleicht auch schon wieder zurück in die goldshause vielleicht ist die folge danach schauen vielen dank und bis dahin euer stefan bis dahin